ARD Text im Auftrag von Funk Ach komm, einer geht zu B. Ja genau, Angie, lauf da raus, mal nach rechts, dann wieder links. Und jetzt, guck da hat er mich erwischt, der Start rechts runter gerannt. Müscht jetzt aufpassen. Hallo, das du Bastard, du gehst nicht zu B, eh? Da ist Bette wie bei uns auch. Hast du sie gesehen? Mhm. Ich hab ein bisschen Schüsse, ich hab sie nur ringe. Alter. Alter. Boah, da besitze. Bette. Schlaf mit, gehst du auch? Ja. Der kommt schon, da kommen schon zwei Stück, geh weg. Ich geh Wasser. Einer hab ich in Wasser. Einer kommt. Einer kommt mit Wasser rein. Ich bin raus schon, Bruder. Die Bumbe ist scharf. Wow, 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 wow. No, der Musikkange hinter dir. Leia, da, da. Leia. Schwebeladung erwartet Aufgaben. Was? 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 Ja man, es hat bei mir auch wieder hochgestellt, aber es ist wie zu hart. Ich mach einen auf Ninja jetzt, ich mach einen Schwebeladung nach, ok, ja der Runde ist nur einer, weißt du, ich hab ihn, das ist so gut gemacht, so ein Blutgrundstück, guck mal auf die Tür jetzt. Das ist eigentlich ein Geier. Viel Spaß bei mir. Ja jetzt ist er. Ähm, die ist zu B, ok. Ja. Ich lauf nicht, aber von der Abyss. Ja dann warte ich auch. Vorsicht jetzt. Ich lauf wasser. Ich lauf wasser halt. Da kommt eine rein zu B. Ich hab's gesehen, Flava, aber der ist wieder abgauen. Ja dann platzier und bleib da. Da, ich hab ihn gesehen. Da komm komm, helf mir. Ja ich bin tot, platzier einfach. Komm her, komm her, komm her, komm her, ich bin hier. Platzier und dann bleib aber da in der Nähe. Hau nicht ab. Bombe wurde platziert. Ja, so auf der ist links. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Also, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Oh, was? Alter, das hat dich nicht umgebracht. Oh, was? Meine Stolperfalle man, das ist so gut gemacht. Wo bring ich GB? Nur zwei Spiele, Alter. Oha. Ah! Der ist ja noch da hinten. Da ist ein Scharfschütze. Der ist Scharfschütze, der ist oben oben. Da schreibt er auch Scharfschütze. Halt links? Ah nein, ich bin da links zu. Riker. Besser so, oder irgendein Arsch. Ach, komm! Komm, 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 komm! Nein! Lass mich nehmen, aber... Ich will gesagt, schon. Der geil hat dann einer bei dir. Oh, ja, man, hast du gesehen. Really, n***a? Ach, komm. Ich geh da nicht rein, ich geh zu an. Ja, wir holen uns. Lesser, das. Sollen wir direkt rushen und legen? Ähm, ich weiß es nicht. Wenn wir jetzt eine in der Mitte beginnen lassen, dann sind wir eine in der Mitte. Eine in der Mitte. Feindliche Drohne nähert sich. Ach, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Alter, wo kam der? Wo ist der? Wo ist der? Ach, ich weiß es nicht. Alter, wo kam der? Wo ist der? Wo ist der? Ach, ich weiß es nicht. Wo ist der? In der Mitte. Ach, ich weiß es nicht. Ich wollte das zusteigen. Hast du das angeguckt? Ja, ich hab geswischt, um zu gucken, wo der geht nicht. Ich hab, äh, ich wollte Stolperfalle grad hin machen, weißt? Damit du dann legen kannst. Digga, auf einmal bin ich tot. Ich hab den Typ nicht mal gesehen. Unser Ruf ist unsere größte Waffe. Gute Arbeit. Ich hab da, wo Angie durch ist, oder gesagt, das heißt, da kommt einer von der Mitte, da hab ich seine Dinge hingelegt. Da ist ein Stolperfalle. Und der ist reingelaufen, hab ich gesehen, weißt? Dass er angehedelt ist. Wo ich den von dir gefüllt hab, direkt umgedreht. Der nächste. Ja! Yo! Escoba! 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 Ich... Going crazy, dude! Nononononono. Wie der grade abging, heute. Escoba! Dürfen, fahrer zurück mit der... Uargh! Don, nein, bling! Ich hab keine Messer- und erste Lügen. Wie krieg ich Axt? Die lieg schon nicht. Ja, doch! Die muss schon ringen. Die kriegst du nur gegen den Kopf? Du meinst schon Tomahawk? Kampfaxe? Oder Axt als... Als Mainly Weapon. Bei B, gell? Holy Weapon. Ja, ja. Geht's a bit. Du ziehst einen Ausdaten. Mosa! Ausgeschaltet. Ich guck Rika zu. Ruchu, bist du tot? Ja, ja. Die Bombe liegt da. Kein Mensch sagt mir das. Der taucht einfach. Was macht der? Ich hab vorgeglich sein. Ich leg A. Wo hin? Im Ding A. Also, beziehungsweise ich sterb jetzt. Ich geh durch Mitte. Oha, gleich Double. Ich leg hinten Wasser. Wasser, in Wasser. Überlebe, überlebe, überlebe. Überlebe, überlebe, überlebe. Down, 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 down. Oha. Oha. Alter Mann. Der Entschärfer. Das gibt's nicht. Was macht der? Der Entschärfer. Ich hatte keine Reaktion, Alter. Jetzt explodiert sie, oder? Ich glaube, B. Und bei B? Der kommt, rechts. Boah. Kommt nochmal einer. Ja. Ach was. Nein. Meine Guys. Alle bei B. Der wär schön gekommen. Hätt ich den mitgegeben. Hätt ich den mitgegeben. Wär's richtig schön gewesen. Lauf nicht über Mitte. Lauf nicht. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Vorsichtig jetzt. Da war einer. Da ist einer. Rechts von dir. Wo, klar? Da war einer drinnen, rechts. Rechts rein und dann auf der rechten Seite. Zielen, zielen, zielen. Da liegt doch nicht das Ding. Sie haben nur noch einen. Unter Wasser. Ach, schau mal. Jetzt sollen die in so einen Scherfen, oder? Wir haben geschlafen. Boah, selber. Oh, ich hab den Baum mit ihr jetzt. Ja, aber wir haben ihn. Ach, doch irgendwo war's. Schillen frei. Ich stelle dich irgendwo ins Eck. Oh, ich will eine Granate werfen. Alter, das sieht so hässlich aus. Digga, du bist dein Wolf. Ja, du bist dein Kumpel. Da kommt einer. Um 6. Um 6. Links kam auch einer. Ach schon. Zwei Stück, zwei Stück. Auf, da kann ich gehen. Okay. Oh, shit. Das ist ein Kumpel. Das ist ein Kumpel, oder? Du verbruchst du es? Und du bist ein Kumpel. Und du bist ein Kumpel. Du bist ein Kumpel. Das ist ein Kumpel. Du bist ein Kumpel. Ich bin dort dritten. Ja, ich dachte, es wäre Leiche. Das ist halt das. Wechseln wir uns ab mit der Bombe. Gib sie her. Warte, leg dich gegenüber von mir. Ich gib sie dir nochmal. Ich mach so die ganze Zeit hin und her. Bis auf 10 Sekunden. Lass mich entschärfen, gib ich mehr Punkte. Komm, du musst dich behalten. Schnapp, 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 schnapp. Hier, vier, klick. Entschärf. Das ist knapp. Gib uns die Bombe weg. Alter, das ist ja 3,3 speichertes. Komm, überleg mal. Du, ich, du, ich, du, ich. Ich hab's gewartet, bis er kann mit Angel. Man, das ist bitter. Guck mal, Crow ist auch dabei. Ja. Wollt spielen, nana. Wollt spielen, na. Wollt spielen, nana. Ja. Oh, shit. Du schiebst doch nie. Oh, das war ein schöner Double. das muss man ja also ich muss echt die wappen umsteigen ja das ist das Talia Talia Warned, der kann um die Ecke schießen ja ja, aber kurz hier mir geht der kann auch nicht einfach kommen und zu sein Tonkaazoo und zu sein Tonkaazoo oh Busch hier ja komm ist schluss laden wir nicht alle können wir mal eine Stolperf erinnern ich mach grad zu viel Scheiße das kann nicht sein dieser Jason geht mir auf den Sack klar, geh da rauf und guck auf der rechten Seite stellen gut und zwei Stück da war aber noch einer drin er hat mich gefragt, der ist bei B um die Ecke warte, du bist hier genau, das war der der Wichser hat mich gekillt der Wichser der ist schön, der Facecam richtig schön Facecam, aber ich denk grad wie geht Facecam Wunder der Brez Wunder der Brez Seichenwechsel oh oh mein oh mein hast du das gesehen? mach mich die Bombe zu spät wir haben die Bombe Alarm oh wir rushen grad alle B gell nein, links zu make, links zu make oh oh wenn ich ein Fick da kommt halt wieder der Jason um die Ecke, geh 1 zu 5 das erbärmlich denn seine Mutter ist so arm und die kratzt dann Bäume nach Hals 4 da hätte ich nicht erst gecheckt da hätte ich nicht erst gecheckt ich mach den Weg ja ich fang das Lade cool, das ist ja nicht mehr lustig ok weiter am Boot boah, der hat nämlich eine Scheune dabei A Reife Leiste und Black Ups bereit machen für die nächste Runde Angi, jetzt guck mal wenn du hier kommst bei so einem zerstören dann stelle ich hier in das Auto warte kurz, schade oh mein Gott schade na egal, einmal Schnitt genommen ich mag dieses Video, ich muss sagen bruh ich bin gerade richtig schlecht 1 zu 6 schade das kommt nur ein sauber so Das war jetzt absichtlich, weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Crazy Ding. Ich kann das crazy hat. Also lass die Bombe liegen, Alter. Wir kriechen einfach jetzt, los. Der andere nimmt sie doch zurück. Alle hintereinander, egal. Alle hintereinander. Fangt an, fangt an, fangt an. Fangt an, fangt an, fangt an. Fludo, komm zurück, komm zurück. Okay, jetzt lege ich mich auf. Also Leute. Ganz ruhig. Geh von rechts, geh von rechts. Durch den Rasen am Bett. Ich, ich. Tu mich mal kurz vordrängeln. To the left, to the left, to the left. Komm nur, links, links, links. Wo. Alter, den Rest hat man gar nicht so richtig gesehen, gell. Geil. Eine geile Challenge. Wo. Hinter dir, klar, hinter dir. Du musst ein bisschen weiter vorderen oder woanders das machen. Ne, das ist schon gut, weißt du, das ist ein gutes Ding. Äh, krass, weißt du, wir müssen halt alle gleich links liegen, oder so. Die Bombe, äh. Guck mal hier, wenn wir hier jetzt mal ins Gras reingehen, dann sieht das alles grün. Ja, deswegen hat der mich nicht gesehen. Ohne links ist die Bombe. Sag mal, hört ihr mich überhaupt? Es gibt nur noch einer, ich hab fast, ich hab fast alle getötet. Es gibt nur noch einer. Antworten drauf, ne? Sieh, du kommst keine Bombe. Die Leute waren selber Fehler. Zack, Teamspiel. Nein. Äh, beim, beim Clamp geht er raus. Der ist dann unten. Bei B, nicht. Bei A, hinten kommt der rein. Ja, ja, wir stehen sehr ungemütlich. Er schaut nicht hier beide in die gleiche Richtung. So, so, warte, warte. Warte, 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 warte. Mal aber Vorsicht. Yes. Right. Geh durchs Wasser ins Haus, oder egal, zu spät. Rechts, in? Klemp rechts, im Eck. Die Bombe würde fassen. Boah. Noch einer. Sauber. Entschärf, scheiß doch. Mach Drohne rein, guck. Entschärf, komm. Verbündete Drohne näher sich. Der kommt von rechts. Warte auf ihn, warte auf ihn. Ja, aber wer hat den Genhard da? Hier, oder so. Schön. Fertig, fertig. Fick ihn, fick ihn, mach Kreis und so. Fick ihn so, im Mund. Nein, kratsch. Schmeiß die Bombe wieder weg. Schmeiß die Bombe wieder weg. Schmeiß im Mund. Schmeiß die Bombe wieder weg. Schmeiß die Bombe wieder weg. Nein, ich mach das fertig. Ich muss den Vorräten weg. Weg nach Vorräten. 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 Und lauf direkt los. Für nächste Punkte. Ja, ja, damit du die Liga kriegst, gell. Ja, das ist wirklich richtig. Ja, wirklich richtig. Da, da. Jetzt geh. Geh holt uns alle. Tschülte aber lauf nicht mehr, schirr mal hier. Guck mal, alle stehen auf. Link, seid doch liegen, Jungs. Du wirst keine Panikattacken kriegen. Glaub mir, wir zerfetzen die auch griechend. Ja, du sagst schon, wir zerfetzen die griechend. Ja, aber weißt schon, eine schon aus dem Rudel. Einer aus dem Rudel, alles vorbei. Ich geh rein, ich geh mal... Oder soll ich B? Ne, B. Wer legt B? Keiner noch, wo kann der sonst? Ne, hier ist B. Im Halt bei A. Im Halt bei A. Jetzt, 10er Serie. Was ist los? 0-2, was ist los? Läuft bei dir. Das ist Klein Tag, glaub mir. Jungs, krieg dich. Wir kommen besser. Wir kriegen den Torster rein. Okay, right there. Ja, hier. Martin ist voll, ich muss das hören. So, wow, nice. Guck mal, der tipps, der guckt dazu, der denkt was. Ja, Mann, der legt sich hinten. Ja, Mann, der legt sich hinten. Jungs, da ist einer, da ist einer. Geht da weg. Bleib einfach auf dem Boden und schieß vom Boden aus. Schaut nach vorne. Oh, rechts. Oh, rechts, rechts. Der kommt in durch. Das ist aber schon lustig, gell? Musst du schon sagen. Wurste, wurste, wurste. Der hat dir auch hingelegt, der Kerl, Alter. Der hat mich zugeguckt und denkt, Alter, was machen die? Das muss ich auch machen. Blütsch, wo die kommen. Ja, der kommt, genau von da. Rechts, rechts, rechts. Noch einer, dass nichts im Haus drin ist. Hinter dir, im Haus, genau da. Really active. Woah, der legt auch noch nah. Ja. Nice try. Los, angriff, total angriff. Fifa. Von Fauna Green. Okay. So, ich versuch mal hier... Clem, passt du, Fifa? Nein. Bombe dich bei den Zetteln. Nein, vermute. Gotcha. Achtung. Wah, Alter, was? Wir müssen wieder kriechen. Wir haben da am Auto geguckt. Vor allem, weil die wissen ja nicht, wo wir sind. Weißt du, die suchen. Wieso Behinderte? Ja? Bei dir hängt's ab und zu. Aber wie, ey? Ab jetzt kriechen, ey, Jungs, ab jetzt kriechen. Bis zum nächsten Mal. Genau, wie ist er zu? Wir haben das im Haus. Wir haben eine Zeit für die Hände. Ich bin hinten auf. Na, Mann, hinten es wird einer. Aha,ja. Ich bin hinten auf. Warte. Hau mal. Warte, hier ist der, was? Warte, hier ist der, was? Hat nicht in die, warte. Wir haben ja nicht so Zeit für das. Ich bin hinten auf. Hinter dir, hinter dir, Flach! Hinter euch, im Tunnel! Noch einer, schnell drehen! Hinter dir drehen! Oh, Klamm! Wir waren zwei, dann war's drei. Einer nach da und einer nach unten. Ja, ja, ja. Warte bis er rauskommt, warte bis er rauskommt. War doch zu kurz. Komm rein, komm rein! Go down, dog! Nein! Luka, du bist jetzt zur Hoffnung! Hallo, okay, ja. Zittern! B, direkt B! Vielleicht ist er dort! Nichts zu, aber du! Lauf bei dir, ja! Ja, danke! Aber gute Taulung mit der Pflanze! Weißt du, da hätten die lieber der Vording machen müssen? Na, krass, irgendeine hätte ich. Ja, egal. Die Kriech-Challenge ist auf jeden Fall gelungen. Ja, gab's. Das ist ein weiterer Sinn. Die Kriech-Challenge ist bei der Runde.